Berlinsee, hmm, was ist das? Wo ist das? Und warum fahren so viele Kinder aus den unterschiedlichen Ländern hin? Berlinsee ist ein toller Platz auf der Erde. Du hast hier viele Möglichkeiten Spaß zu haben und zwar zum Strand gehen, an Aktivitäten teilnehmen und dabei viele Sprachen hören. In dem Zimmer gibt es drei Bälle, eine Toilette und Wälder. In den klassischen Räumen gibt es schon ein Spiel. Der Unterricht macht Spaß. Wäre ich da ein Spectrum bekam, würde ich diesem Sommerkampf fünf Steine geben. Für die Plattzeit gibt es drei Bälle, eine Aktivitäten. Tischtennis, Fussball, Stranspire, Volleyball, Basketball, Badminton und Threadball. Es gibt auch Premium Aktivitäten. Was ist hier? Zegel. Reiten. Kanus. Das kostet, was aber erst los ist. Außerdem kannst du hier für eine neue Freundschaften schließen. Am Wochenende fahren wir nach Berlin. Wir waren schon im Tropical Einacht und im Zoo. Nächstes Wochenende planen wir einen Ausflug nach Potsdam. Alles zusammen. Bietet coole Möglichkeiten, den Sommer zu verbringen. Kommt nach Berlin und sammelt eure eigenen Erlebnisse. würde ich drehen, bis jetzt auf,